Ah, da ist mein Chat. Uh, ein Anhänger. Anhänger, drei Sünden. Hab ich nichts Besseres. Mitgenommen, mitgenommen, bitte, 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 bitte. Ich hab nur 79 und? Hab ich ihn gekriegt? Jo. Oh, meine sind, meine sind schlechter. Schaut mal, die Handschuhe. Da, die Scheiße. Ah, ne, kann sie verzaubern miteinander. Und dann werden die anderen auch hier drauf. Erklär mal. Sie wusste das nicht. Du kannst ruhig Deutsch schreiben, die ist Deutsch, ne? Die ist Französisch. Ach so. Hm. Ich verzauber die lieber. Die sind nicht verzaubern, ne? Äh. Verzauber die hier. Die sind dann doch besser. Die sind dann doch besser. Deutlich besser jetzt. Deutlich. Deutlich. Tralalalala. Oh, wie wunderbar. Wunderbar. Warte mal, was hat der jetzt genau gemacht? Uh. 57 Angriff mehr. Sehr schön. Erklär mal, wie gut. Die, die. Die, die weg von meinem wild Zeug. 15? und wer ruft mich da schon wieder an ich kenne diese nummer nicht mein gott ich hasse ich hasse nur man die unbekannt anrufen ich bin schon hier so ein scheiß meininstitudo oder so so mal eben die rufe liefen und verlassen so tapp sturm auf das anwesen klatsch geschafft macht ihn jetzt da informiert blug von natürlich ist gar nicht lesen von jesus verschwinden ach nach propulion müssen wir zurück jetzt ok ich hab gleich level ab, ich hab gleich level ab, komm, gib mir level ab ja ich auch gleich pam level 30 wir können sogar immer noch in den dungeon rein geniale scheiße das sieht gut aus soll ich uns nochmal für den dungeon anmelden hallo ich hab gesagt ist mir egal kam hier nix an mhm echt? ne was hab ich denn jetzt bekommen es ist schon mal völlig wurscht ich hab grad irgendwas bekommen aber weiß nicht was alles willkommen und nichts für die hälfte raus schmeißen das experimentale ich brauch das zeug nicht äh gruppe einladen äh ersetze mich dir erstmal ins tank ein ähm Ja komm, ich will uns noch mal einen Arschlecken. Ich ruf uns mal einen Händler, ne? Der so alles rausgeschmissen hat, wa? Ich lass mir doch Gold nicht entgehen. Jetzt bin ich ausgerüstet. Dike hat die Akku von Monster um 12%. Dike hat die Akku von Monster noch mal um 12% und steigert die Akku von Monster noch mal um 11%. Tja, alle. So, aber kann ich jetzt hier eigentlich noch mal alles verzaubern? Das kann ich nicht verzaubern. Das kann ich nicht verzaubern. Nur das hier. Kann ich... ...einmal verzaubern. Und ich hab kein Alkaes dabei. Nur dat andere. Ich brauch aber ein normales Alkaes. Zack. 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 Das hier benutze ich nicht. Vollständiges Alkaes benutze ich garantiert jetzt nicht, um auf Fuß 3 hochzukriegen. Ja, Verschwendung ohne Ende. Ich kann auch nichts mehr verzaubern. So, jetzt kann ich verkaufen. Oh. Brauch ich nicht. Eißer. Brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Und weg damit. Weg damit. Weg damit. 34 Gold hatte ich. Nicht. Oh. Verbessert mich. Verbessert mich auch. Verschlechtert mich. Verschlechtert mich. Verschlechtert mich. Verschlechtert mich. Ähm. Das behalten wir mal. Da kann alles weg. Da kann ich nichts mit anfangen. Ich bin auch wenig wie eine Bombe. Gehört sich auch nicht. Da alles meiner behalte ich mal. Äh, wenn du irgendwas der... Fünften Ordnung hast. Verzauberbar. Bitte an mich. Bitte an mich. Ich hab hier 3 Waffen, die kann ich nicht verzaubern. Warte mal. So. Da kann ich auch noch anziehen. Hier fragt jemand, ob wir mit wollen. In den Dungeon rein. Mir ist halt egal. Kannst du ja beantworten. Was machen? In den Dungeon. Einfach reingehen. Nein. Nein. Oh. Ah. Eieiei. Eieiei. Die ist Stufe 51, ne? Ohohoho. Scheiße. Die jagt uns da durch, ey. Warte mal, ich lief mal. Ja, Stufe 51. Der Tank. Der Tank. Ah, das Dash magierter eine gewesen. Ah, doch. Alter, Alter. told her. intell ohhhhos. Und 대답 mal. Das Nahtiego. Tranquil. Also dernier. Dante verglebt sich. Der ned. Der authorities. Keine fans. Wie kann nichts anderes machen. Der verlang recognized. Wie kann ich das anders? Die andere Musik zum Beispiel betrayed. Das sehen wir jetzt dann. Aufnehmen, oder? Ja, ja. Also das nehm ich mit auf. Wenn der als erstes verreckt, also. Ich glaub, der verreckt nicht. Ich glaub nicht da dran. Der Healer ist ja auch schon 28. Ich brauch gar nichts zu machen, der Hudi so um. Warte mal, ich muss hier, ähm, allgemein. Warte, wie macht der das? Aber wir kriegen hier kaum Erfahrung. Seh ich gerade. Ja, gibt keine Erfahrung hier, schade. So wenig Erfahrung. Egal, Ausrüstung abstauben. Bei den letzten... Hier kann jeder jetzt auf seine Ausrüstung würfeln, die er braucht, ne? Auch gut. Der haut nur einmal drauf. Ich will mir mal kurz seine Ausrüstung angucken. Untersuchen. Alter, der hat 8640 Damage. Ey, das ist der Wahnsinn. Dann ist der Wahnsinn. Okay, es gibt zwar keine Erfahrung hier, aber egal. Die Ausrüstung ist wichtig. So, haben wir nämlich keinerlei Probleme. Boom, 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 boom. Hat der überhaupt Schaden gekriegt? Ich kann nicht mal meine MP aufladen, weil... Ach, wie süß. Das ist 56er Schaden. Ich will nicht wissen, wie schnell gleich... Ich will nicht wissen, wie schnell gleich... Ich will nicht wissen, wie schnell gleich... Nein, der rast durch wie nichts. Schnellste Dungeon, was ich je gemacht habe, dann. Ich glaube, das machen wir jetzt auch einen Lancer. Nein, das ist ja nur wegen dem Level. Der ist ja Level 51. Ja, gut, aber wenn der jetzt schon 8000 macht. Was macht? Was würde denn ein Lancer so noch machen? Äh, warte mal ab, wenn ich Level 51 bin, weil ich dann... Dann mache ich auch mit einem Schlagblatt. Das ist auch für mich dann kein Ding. Ach, was willst du denn hier? Du brauchst gar nichts zu machen, dann macht der Lancer alles solo. Ich lach mich weg, Alter. Schade, dass es nur keine Erfahrung gibt. Bei dem Tempo, oder zumindest bei der Erfahrung, drei Erfahrungspunkte. Oh. 300.000 Monster. Oh, etwas mehr als 300.000 Monster. Aber wenn ihr den Lancer machen solltest, dann solltest du dir bewusst sein, dass du ihn nicht immer tanken musst, ne? Ja, klar. Und auch blocken können. Also nicht nur immer draufschlagen, sondern auch wirklich blocken. Guck mal, da fallen sie in Synchron. Ich bin mal gespannt, wie schnell gleich der Boss down ist. Ich gebe denen maximal 5 Sekunden. Dann liegt er. 5 bis 10 Sekunden. Ja. Okay, können wir die Quest nicht abschließen, weil sie zu hoch ist, aber egal. Wacht, unser Träner schon kaputt. Ich habe eine bessere. Brauche ich nicht. Ich habe eine bessere. Woher kann ich die? Da kann ich halt drauf würfeln, weil die auch für mich sind. Kann ich zum Verzaubern benutzen. Du kannst die, glaube ich, gut gebrauchen, oder? Ich kann die nicht mehr gebrauchen. Ich habe eine bessere an. Ich denke, das ist ein nouvelles E appell. Ich denke, es ist ein solches quicker. Ich denke, das aber wie einregel ist. Es geht, sondern okay. Ich denke, das ist ein PKZ. Ich denke, es ist ein sommer. Also, ich denke, ich denke, dannll ja. Vielen Dank.